Hallo und herzlich willkommen zu unserem Morning Call hier bei HeavyTraders. Die Themen des heutigen Morning Calls sind Supermicrocomputer, Boeing, Nike und Tesla. Aber liebe Zuschauer, falls euch unsere Videos, Handelsideen und Inhalte auf diesem Kanal so weit gefallen, lasst doch ein Like da, schreibt uns Nachrichten in den Kommentaren, stellt Fragen an unsere Marktexperten, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video von uns mehr verpasst. Ich habe bei mir im Studio sitzen, Samir und Andreas vom Märkte- und Trendsteam hier bei HeavyTraders. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Boris. Buenos dias und bonjour. Märkte gerade absolut unverwüstlich. Nestec 100, neues All-Time-High, S&P 500 ganz genauso. Wo kann denn die ganze Reise noch hingehen, Samir? Ja, wie könnte man das jetzt definieren? The trend is your friend. Das Momentum ist nach wie vor da. Momentumsphasen können natürlich sehr lang anhalten. Es gibt auch bei einigen Bankenanalysten gemischte Szenarien. Angefangen von, man ist vollkommen verwirrt, wie wenige oder dass der breite Markt letztendlich gar nicht vorhanden ist und dass nur wenige Aktien diese ganze Rallye nach oben treiben. Bis hin zu S&P 500, Kursziel 5.900 und auch neutrale Haltung, wo man sagt, okay, man muss erst mal abwarten. Zwecks der Präsidentschaftswahlen, Earnings, Season und alles, was mit dazugehört. Aber letztendlich für uns, wir orientieren uns natürlich mit dem Markt, schauen uns die gesamten Bewertungen an. Wir schauen uns natürlich auch in Kombination die Chart-Technik, das Momentum und vor allem aber auch die dazugehörigen News. Von daher, ja, bleiben wir weiterhin tiefenentspannt. Und solange da bisher aktuell nichts Negatives auf die Märkte einhämmert, bleiben wir weiterhin positioniert. Und von daher steht ja noch einiges in dieser Woche und vor allem auch noch für das zweite Halbjahr bevor. Dann schauen wir uns die Supermicro-Computer an. Die Aktie ist gestern mit 6,2% plus aus dem Markt heraus. Erzählt uns doch mal ein bisschen was zum Supermicro-Computer und was denn eure weiteren Pläne diesbezüglich sind. Ja, es ist nach wie vor eine wunderschöne Aktie, die wir als Zertifikat auch drin haben. Und was ist jetzt die Spekulation eigentlich bei Supermicro? Wir sehen ja doch ein bisschen sehr differenziert diese Bewegung hier bei der Aktie. Und Fakt ist, Zertifikat ist gerade eingeblendet. Fakt ist noch einmal, dass Supermicro die Spekulation ist, dass es möglicherweise in den Dow Jones aufgenommen wird. Mit jeder Ecke, die Royal Green Boots an Wert gewinnt, die Wahrscheinlichkeit, dass Supermicro aufgenommen wird. Und Zertifikat ist hier eingeblendet, UM1 5MY, der Hebel 2,38, die K.O.-Schwelle 538,90. Jeder, der das hier so ein bisschen mitverfolgt, sieht, dass das so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt ist. Jetzt momentan sind wir minus 12 Prozent in dem Zertifikat. Wir waren schon etwas im Gewinn damit. Wir waren auch schon etwas im Verlust, stärker im Verlust damit. Wir setzen da drauf, dass Supermicro in den Dow Jones aufgenommen wird. Denn der Grund ist, Royal Green Boots ist schon zwei Monate am Stück unter der notwendigen Marktkapitalisierung im Dow Jones gelistet. Das heißt, sie haben die Kriterien zum Verbleib im Dow nicht mehr erfüllt. Und damit gibt es eine sogenannte Fast-Out-Track-Regel. Das heißt, sie können relativ schnell dann aus dem Dow rausgenommen und ersetzt werden. Und sollte das der Fall sein und die Notwendigkeit bestehen, eben ein anderes Unternehmen dafür reinzunehmen, dann wird das eben so sein, dass der Kurs von Supermicro auch relativ schnell stärker steigert, weil die Indizis, die Indizis-Nachbilder, also im Prinzip die großen institutionellen Anleger dann in die Aktie verstärkt rein müssen. Nebst natürlich der Tatsache, dass die Aktie fundamental nach wie vor sehr interessant ist. Und nicht zu vergessen ist, wir haben ja einen Hebel von knapp drei, so einen etwas höheren Hebel, aber dafür eine kleine Positionsgröße. Also umgerechnet bedeutet das, dass die Aktie minus vier Prozent ist seit Einstieg. Das ist jetzt nicht wirklich weltbewegend. Wir haben ja auch uns noch die Option offen gelassen, eventuell auch hier ein bisschen was aufzustocken. Im Moment bleiben wir erstmal an der Außenlinie. Aber das nur mal kurz zur Erklärung, zwölf Prozent beim Zertifikat klingt viel, aber das ist ein Rückgang bei der Aktie roundabout von vier Prozent. Mal schauen, ob wir das jetzt noch bis Ende des Jahres oder zur Berichtssaison, wenn die Zahlen bekannt gegeben werden Anfang August, ob dann die Supermicrocomputer auch mal wieder auf Erholungsfahrt übergeht. Und es sind ja auch nach wie vor auch Analystenkursziele zwischen 1100 und teilweise knapp 1200 US-Dollar. Von daher sehen wir das noch absolut tiefenentspannt. Und du siehst ja das Potenzial in der Supermicrocomputer sowieso noch sehr stark gegeben. Ja, Supermicrocomputer baut die ganze Infrastruktur für die Ausrichtung der Branche im KI-Bereich, für Nvidia, Meta-Plattforms und alles, was mit dazugehört, also im Bereich der Datenverarbeitung, Rechenzentren. Und von daher, ja, also Supermicrocomputer ist auf jeden Fall ein wesentlicher Bestandteil im KI-Bereich. Und deswegen sind wir da jetzt nicht in Unruhe oder in Panik, sondern bleiben da positioniert. Dann schauen wir uns die Boeing an. Die negativen Nachrichten reißen da eigentlich wirklich nicht ab. Die US-Behörde ordnet eine Überprüfung von tausenden Maschinen an. Da gab es noch ein Schuldeingeständnis. Wie spiegelt sich das denn momentan in der Aktie wieder? Und was für Ideen habt ihr denn, was die Boeing selbst betrifft? Ja, bei der Boeing haben wir, also es gab gestern ja die News wegen dem Schuldeingeständnis zu den Vorfällen, ich glaube im Jahr 2017, 2018, 737 Max oder Max, wo man versucht jetzt, ich sage mal, so eine Gerichtsverurteilung aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise auch weitere Untersuchungen noch in die Wege einzuleiten, um auch Kosten zu sparen. Wir haben selbst bei der Boeing vor einigen Wochen das Zertifikat aufgenommen. Ich schaue nochmal ganz kurz, hier ist das. Da sind wir bisher jetzt noch weiterhin unverändert. Ist natürlich für uns noch weiterhin so ein gewisser Turnaround-Kandidat. Das muss man an dieser Stelle sagen, weil die Aktie ja doch deutlich verbrügelt wurde. Die Wertpapierkennummer ist die MG4KVU. Da haben wir in diesem Fall einen relativ konservativen Hebel von 2. Das bedeutet, wenn also die Aktie 1% plus macht, dann machen wir mit unserem Zertifikat knapp 2,14%. Aktuell sind wir da mit 8,5% soweit im Plus. Wir haben da jetzt auch aktuell jetzt nicht vor, in irgendeiner Form Stärke aufzustocken. Wenn man sich aber den ganzen Chart hier anschaut, gestern haben wir doch nochmal ordentlich so einen Schub gesehen. Wir waren in der Spitze knapp bei 91, nee, 100, ich schaue mal ganz, 191,50 Dollar. Sind mit 185 Dollar aus dem Handel soweit raus. Wir haben ja gesagt, so die ersten charttechnischen Ziele sehen wir so zwischen 200 und knapp 210 US-Dollar. Wir bleiben doch weiterhin optimistisch, die Chancen sind recht gut. Was jetzt im Moment positiv hervorzuheben ist, ist zum einen, dass trotz dieser negativen News, die vorhanden sind, und die ging ja letztendlich schon seit Anfang des Jahres, wo ein, ich glaube ein Rumpfteil ja abgerissen wurde, dass die Aktie jetzt nicht mehr so stark überreagiert, sondern eher noch sehr robust dasteht. Das heißt, hier ist schon, was die ganze News-Lage betrifft, einiges soweit mit eingepreist in der Aktie. Aber man muss an dieser Stelle sagen, das ist so eine persönliche Sache, wo ich sage, ich bin da nicht so ganz ethisch und moralisch da im Moment so im Wohlfühlbereich mit Boeing, weil, ja, das ist schon so ein bisschen bitterer Beigeschmack, wo ich sage, eigentlich so eine Aktie rechts liegen lassen, oder sagt man links liegen lassen? Links. Links liegen lassen. Weil ich einfach mit der ganzen Ethik und Moral und der Vorgehensweise mit diesem ganzen Flugzeug abstürzen, dass man das doch tatsächlich, ja, also dass ein Betrug vorlag, so ist es ja praktisch in den Nachrichten zu lesen, nicht wirklich damit wohlfühle, aber okay, wir müssen jetzt abwarten, ob man da positioniert bleibt oder ob man sagt, nee, komm, da gehen wir raus und schauen wir uns anderen Aktien an, wobei natürlich Ethik und Moral, das die eine Sache ist und wenn man natürlich performanceorientiert arbeiten möchte, dann, ja, ist natürlich Boeing nach wie vor eine super spannende Aktie, ja. Nike kommt absolut nicht in die Gänge, gab jetzt auch nicht irgendwelche großartigen News, die die Aktie hätten vielleicht nochmal ein bisschen beflügeln können. Samir, du hast vorhin noch gesagt gehabt, das ist irgendwie momentan so der Rohrkrepierer bei euch im Depot. Gut, die haben mit Tesla ein ordentliches Gegengewicht und die Performance stimmt so weit, aber das gab jetzt nicht irgendwie tolle Nachrichten bei der Nike. Ja, das ist es, ja. Bei der Nike, es hört einfach nicht auf, wir haben, seit wir die Zahlen bekommen haben, sehen wir, der Abverkauf geht weiter bei der Nike, ist ein Rohrkrepierer aktuell im Moment bei uns, das Zertifikat werden wir auch gleich einblenden, wo wir jetzt irgendwo sehen müssen, okay, macht es überhaupt noch Sinn, drin zu bleiben? Ich meine, Nike ist wirklich ein Top-Unternehmen, aber der Absatzmarkt China ist nach wie vor für viele ein großes Problem für die Automobilbranche, für die Smartphone-Branche, für die E-Mobilität, alles, was mit dazugehört und vor allem aber auch für die Sportartikelhersteller, insbesondere auch für Nike und vor allem aber auch Adidas. Da müssen wir jetzt mal die Tage etwas genauer hinschauen, deswegen umso wichtiger, das muss man jetzt auch an dieser Stelle mit erwähnen, wir haben ja unser Depot, das liegt knapp bei 70 Prozent im Plus, wir sind praktisch auf All-Time-High oder Rekordhoch bei uns in der Nähe des Rekords, ich glaube in der Spitze waren wir 71 oder 72, 72 Prozent im Plus. Wir haben aber auch starke Gegengewichte, wie eine Tesla beispielsweise und natürlich auch ein DAX, den wir jetzt die letzten Tage veräußert haben, dass man natürlich so einen Rohrkipierer auch erwischt, trotz, dass das Unternehmen recht gut aufgestellt ist, aber dennoch die Aktie oder der Kurs nicht das macht, was es eigentlich machen soll, ist es halt hier das beste Beispiel, wo man sagen muss, okay, macht keinen Sinn, das müssen wir rausschmeißen. So, das blenden wir auch ein, wir sind natürlich hier mit voller Transparenz, das Zertifikat hat jetzt minus 47 Prozent, aber mitzuerwähnen ist, wir gehen ja immer mit kleinen Positionsgrößen, das zeigt, dass wir das hier alles gewissen haben, dass wir das alles ordentlich machen und trotzdem unser Depot in der Nähe unserer Rekordhöchständer haben. So, das heißt also, nach wie vor gilt ein wichtiges Motto oder Strategie, Positionsgröße klein lassen, vernünftige Hebel aussuchen, mit Weitblick an die Sache reingehen und versuchen gut sich zu diversifizieren, damit man auch gute Gegenspieler drin hat, die das ausbalancieren. In diesem Fall ist es bei uns die Tesla, die mit knapp 100 Prozent im Plus ist, aber Nike halt nicht mitmacht. So, jetzt muss man natürlich ganz klar sagen und deswegen gebe ich die Frage weiter an Andreas. Was tun Sprachzeus? Also zunächst mal ist es rein zufällig, dass die Wertpapierkennung von Nike unsere Gefühlslage dazu aus zum Ausdruck bringt, wie es momentan gelaufen ist. Du meinst das WTF? Ja, ich wollte es gerade sagen. Zum Beispiel und das heißt aber jetzt auch, ich würde natürlich jetzt in dem Augenblick die Aktien noch nicht rausschmeißen, sondern es wird immer natürlich zu einer Abwärtsbewegung eine Gegenbewegung geben. Diese werden wir hier auch sehen. Die Frage ist nur, wie weit die geht. Das ist die einzige Frage. Und das heißt, es geht darum Schadensbegrenzung, nichts anderes, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Nur ist es halt immer so, wenn man es was emotional macht und wie gesagt, die Wertpapierkennung drückt das ja schon aus, dann ist es halt eigentlich der falsche Augenblick. Also man sollte schon noch ein bisschen Geduld mitbringen. Wir haben ja noch ganz viele Geschichten hier. Ich weiß jetzt nicht, wer im Halbfinale Nike ist und wer Adidas ist. Das wird sich schon ein bisschen auswirken, wenn der Europameister Nike-Dress hat, logischerweise. Auf der anderen Seite, wir haben noch die Olympischen Spiele, die fangen Ende Juli an. Wir haben Wilmilton laufen. Wir haben die Tour de France laufen. Es gibt also noch einige Sportereignisse, die durchaus für ein bisschen Bewegung in dem Kurs sorgen können, zum Positiven hin. Da rechne ich auch mal mit. Im Grundsatz, aber was es insgesamt angeht, glaube ich nicht, dass die Aktie sich großartig dieses Jahr noch erholen wird. Das wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr soweit sein. Insofern stellt sich halt die Frage, wir wollen sie ja nicht ein halbes oder dreiviertel Jahr drin belassen, wo wir aussteigen. Das ist einfach die einzige Frage. Und ich denke mal, das wird sich nochmal ein Stückchen erholen, also dass die Aktie nur fällt, wird nicht stattfinden. Aber meinst du nicht, dass es vielleicht besser ist, dass man sagt, aussteigen und dann wieder bei Stärke kaufen? Weil das kann ja jetzt auch durch die 60 Dollar. Nein, nein, das glaube ich schon. Aber ich glaube, was du jetzt sagst, 60 Dollar kann auch sein. Aber ich glaube nicht, dass wir das kurzfristig sehen. Weil man muss ja immer sehen, die Aktie hat jetzt von 100 Dollar auf fast 70 verloren. Also ein gutes Drittel eigentlich schon verloren von ihrem Wert. Es schreit ja danach, dass es jetzt irgendwann mal eine Gegenbewegung gibt. Und sei sie noch so klein. Aber es geht ja darum, dann nicht im Maximum Minus seinen Austritt zu haben aus der Aktie, sondern eben da Schadensbegrenzung zu haben. Aber ist es nicht schon das Thema Hoffnung und Beten dann an der Börse, wenn man sagt, ich hoffe und bete, dass das irgendwann mal abdreht? Das hat dann nichts mit Hoffnung und Beten zu tun, sondern es hat was mit Börsenerfahrung zu tun. Es gibt keine Aktie, die nur steigen. Es gibt keine Aktie, die nur fällt. Es gibt immer eine Gegenbewegung, auch im Schlechtesten und im Besten. Du hast es gerade gefragt, Holland, England und Frankreich sind noch Nike und Spanien ist Adidas. Das steht schon 3 zu 1 für Nike. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Nike den Europamesser stellt, ist sehr hoch. Aber vielleicht noch ergänzend, was man hiermit nochmal anzeigen sollte. Ich meine, der Fokus bei uns, weil wir auch immer gefragt werden, ihr macht ja immer eigentlich so die gleichen Werte. Man braucht sich ja nur mal hier die Entwicklung seit Anfang des Jahres anzuschauen. Da sehen wir eine Apple. Klar haben wir jetzt nicht die Apple, aber wir sind halt natürlich im US-Markt wesentlich stärker unterwegs, gerade bei Tech- und KI-Aktien und natürlich auch dem Kryptomarkt. Und der Kryptomarkt, da sind wir auch noch weiterhin positioniert, auch wenn es jetzt im Moment ein bisschen schleppen läuft. Aber man sieht hier eine Apple seit Jahresanfang 21 Prozent, Nvidia 160 Prozent, eine Microsoft 24 Prozent, eine Amazon, die wir besprochen haben. Klar sind wir natürlich schon stark positioniert und versuchen natürlich immer wieder auch Cash-frei zu machen. Amazon mit knapp 31 Prozent. Wir sehen praktisch eine Google, also Alphabet mit 36 Prozent. Avago mit knapp 60 Prozent. Also viele spannende Aktien. Broadcom. Broadcom, Entschuldigung. Aber Avago hört sich auch gut an. Genau, Broadcom. So, und dann haben wir aber auch im Gegenzug, genau, im Gegenzug dann auch hier bei uns in Deutschland, weil die Frage wird auch immer gestellt, ja warum geht ihr dann jetzt nicht auf deutsche Aktien ein? Ich meine, man braucht sich nur die Entwicklung mal hier im gesamten Jahr mal anzuschauen. Die Automobilbranche tut sich im Moment noch weiterhin recht schwer. Ja, das zweite Halbjahr dürfte dann entscheidend sein. Eine BMW, Volkswagen, auch die Porsche, die wir haben, da sind wir jetzt plus minus null. Die ziehen nicht wirklich so hinterher. Das, was so ein bisschen Stärke anzieht hier bei uns im DAX, das ist die SAP mit 34 Prozent und auch in der Siemens knapp mit 5 Prozent. Und dann haben wir noch die Siemens Energy, die in diesem Jahr auch richtig zugelegt hat, knapp mit 123. Das ist gerade auf dem neuen, ja. Genau, neuen All-Time. Aber der Rest, da kann man sich das mal anschauen, da ist halt, ja, zieht halt nicht alles mit, ja. Und das ist halt der feine Unterschied, wo wir dann sagen, wir gehen halt dahin oder versuchen dort hinzugehen, A, wo die Musik, wo der DJ die Musik spielt, damit man da auch Spaß an der Freude hat. Und das andere ist, dass man auch mal Turnaround-Kandidaten raussucht. Und Nike war ja ein sogenannter Turnaround-Kandidat, hat nicht gefunst, hat nicht funktioniert. Also ich bin da ganz ehrlich, ich bin schon am Überlegen, wo ich sage, Verligra raus, Gewinner weiterhin, also drin investiert bleiben und gegebenenfalls weiterhin aufzustocken, damit die Performance zählt. Aber das müssen wir natürlich auch hier dann sachlich ausdiskutieren. Jetzt kommen wir zum Ende der Sendung nochmal zu einem absoluten Gegengewicht. Das ist die Tesla. Und ich habe jetzt gerade mal aktuell reingeschaut, also ist bei 91,42 Prozent vorne. Ihr plant dort auch weiterhin drin zu bleiben? Ja, also Tesla bis zum 8.8., also das große Event mit der Ankündigung der Robotaxis und vor allem die möglicherweise ein paar Hinweise auf die vollständige Lösung. Würde ich nochmal aufstochen? FSD. Ja, ganz im Ernst, also ich bin von Tesla sowas von überzeugt, dass wir also auch noch neue Rekordhöchststände sehen werden. Wenn tatsächlich so die Meldung verlautet wird, dass man den Lösungen nahe ist, beziehungsweise auch das Geschäftskonzept von Tesla, von den Robotertaxis damit auf den Weg bringt, was da genau gemacht werden soll. Aber auch die humanoiden Roboter, also Optimus. Elon Musk selbst sagt, das wird ein 20 Billionen US-Dollar Markt für Optimus und auch für die Robotaxis zwischen 10 und knapp 15 oder beziehungsweise 5 bis 10 Billionen US-Dollar. Also wenn er, und er sagt selbst, es wird Großes angekündigt, ja. Klar hat er natürlich immer viel auch gesagt in der jüngsten Vergangenheit, dann aber auch der Cybertruck, der enorm viel Potenzial hat und noch einmal, Tesla ist für mich nicht nur ein E-Fahrzeug-Anbieter und Bauer, sondern ist tatsächlich inzwischen oder wird ausgerichtet in das größte KI-Unternehmen der Welt möglicherweise und ich sehe da halt enorm viel Potenzial. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall nochmal, schau dir nochmal den Film iRobot am Wochenende an, das ist, war echt klasse, also Disney Plus hat wohl die Preise erhöht, wurde mir dann dementsprechend halt auch angezeigt, ich musste zustimmen. Weißt du, was du allgemein gegen Preiserhöhungen machen kannst? Also egal, ob Amazon, Benzinpreise, Spritpreise, kauf die Aktien, da kannst du mitgehen. Kauf Bitcoin. Oder so. Warum kommt das von dir? Andreas hat es inzwischen realisiert und verinnerlicht. Er wurde eigentlich eher indoktriniert, von daher nochmal eine ganz kurze Frage an unsere Zuschauer. Wie seht ihr denn die Nike momentan? Glaubt ihr, das wird noch was in der nächsten Zeit? Lasst doch mal einen Kommentar unter diesem Video da, was die Nike betrifft. Ich bedanke mich bei euch beiden, wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Sendungen weiterhin mit dabei seid und dann sage ich mal, bis später.